Hey hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute wieder der Co-Op-Part mit Kai in der Leitfunk. Der gibt gerade noch die ID hier ein. Aber der ist gleich da. So, drei Questen haben wir vor uns, habe ich auf meiner Liste gesehen. Die erste haben wir wahrscheinlich schnell fertig in der Renten-Time. Und der Kai ist der krasseste Monster-Killer, den es gibt. Der hat es geschafft, was ich nicht geschafft habe. Der hat den Gamow erlegt. Der ist Level 30, aber trotzdem bin ich irgendwie in der nächsten Stadt und er nicht. Es ist lustig und komisch zugleich. Ich bin bewusst nicht weitergegangen, weil ich wusste, dass ich den Rathalos verliere. Und jetzt brauche ich ein vierstelliges Passwort. Ja, äh, einfach das Datum. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Du weißt doch, wenn ich ein vierstelliges Passwort habe, ich nehme immer Datum. Der Sanctus kann ja auch normal laufen. Ich will mich so nervt töten. So, Sunny. Dann ist er wenigstens auch dabei. Starte die Coop-Quest. So. Wir haben eine Retterin vor uns und... ...einen Legianer. Und noch so eine Erkundungskwest. Bei dem weiß ich aber nicht, wie die funktioniert. Das weiß ich allerdings auch nicht. Die Erkundungskwest kann ich gar nicht machen, weil... ...einen Diamant-Amulett. So. Dann mal aufzuretterin. Ja, ich habe das Diamant-Amulett hatte ich angemacht für... ...für den Gamow. Und ich gehe an... Er könnte hier die Küste wie kann er nur. Das habe ich wirklich viel genutzt. Nullbären-Elixier. Säuber-David. Der hat einen echten Gamow. Kopf. Jetzt musst du auch angeben. Ich musste angeben. Ich musste ihn auspacken. Ja, pass mal auf. Ich stehe an dir vorbei. Ja, mach du... Mach du ruhig auf dein Ziel. Ich gehe in der Zwischenzeit das Gebiet ein bisschen ausgerutschen. Ich steige jetzt jeden auf meinen Donnerwollern. Fähige ich eigentlich auch die Karte, wenn du sie aufdeckst? Nö. Ich kann dir sagen, ob hier unten noch irgendwas Interessantes liegt. Ich bin ja in den Ludrohr. Also nicht. Und hier unten ist nicht mal irgendwas Interessantes. Weder eine Kiste noch sonst irgendwas. Ach, kacke jetzt. Ach, direkt. Jetzt bin ich in den Ludrohr reingelaufen. Während er gegen den Ludrohr kämpft, gönne ich mir mal die zwei Kisten, die hier oben sind. Da können sogar Erkundungsscheine drin sein. Wir kämpfen für eine Ludrohr. Die schaffst du doch auch ohne mich. Du hast den allmächtigen Gamow dabei. Den Gamow wollte ich halt auch haben. Ich habe den 15 Mal versucht. Und der hat mich jedes Mal mit dem scheiß Stampfer zerlegt. Also der kann so das Eis, was er an den Füßen hat, so zum Aufstampfen benutzen. Und das ist immer ein One-Hitter. Außer wenn er nun benutzt das Ammonett zur Verteidigungshebung und auch nochmal das Gebet dazu. Dann kann man es überleben. Zu dem Zeitpunkt. Er ist Level 30 und hat es nur knapp geschafft. Was ich festgestellt habe, es ist wahrscheinlich, dass Stampfen macht weniger Schaden, je mehr von dem Schnee du dir vom Körper geprügelt hast. Je weniger er was hat? Je weniger Schnee er am Körper hat, wenn du das schmettert. Ja, dann sollte man am allererst auf die Beine gehen, ne? Im Prinzip musst du jedes Körperteil brechen, damit er möglichst wenig Schaden macht. Damit du das Stampfen überstehst. Was da auch reichlich schwer ist. So, ich töte schon mal die Retter, ne? Ja, ja, mach du mal. Ich brauche die sowieso nicht mehr. Ich habe das Ei von der schon. Ja, ich habe die Rüstung von der an. Ich habe die auch gemacht. Ich habe die auch gemacht. Ey, guck mal, du Truller. Ich trage dich als Rüstung. Dann haben wir die Rathion-Rüstung auch gemacht, einfach damit ich schneller an die königlichen Monster rankomme. Besser in die Nester von denen reinkomme. Die kennt beide Rüstung. Und mein Xanthioss macht direkt eine Eisrüstung. Brav. Ja, mach den Xanthioss. Das ist ein Techniker, den ich in die Geschwisterung mache. Ich kann es Rathion machen, dass es tut aussehen. Das war so gewöhnlich geduldig, die zu bekämpfen, wenn die eine Drachenschwäche hat. Ich habe die immer mit Donnerangriffen bearbeitet. Eigentlich sollten die auch irgendwo eine Eisschwäche haben. Ist ja immer noch ein Rathion. Aber die haben ja nur eine primäre Schwäche, aber ist sehr egal. Demnächst soll ja auch was bei Rhyse dazukommen, ne? Habe ich jetzt so gehört. Ich habe es nicht wirklich im Weg passiert. Ich lade mir halt nur immer wieder die Event-Mission runter und guck mal, was ich hier und wann mal mache. Ich habe mein... Die Rättern ist schon fast tot. Äh, ich habe mein... Ich habe mein Windows-Hydroben gegen den Xanthioss ausgepauscht bei den Springern. Ein Geschwindigkeitstyp ist der ganz einfach ersetzen ohne Prost. Ja, ich habe jetzt auch den Zinoco bei mir im Hauptteam. Gott überlebt nicht lang bei mir. Und dann geht's nur noch ein paar Olimo vorbei. Ich komme auch an der kunstigen Maus vorbei. Er will nur abstauben, Leute! Ich komme... Ich muss schneller machen. Der darf nicht abstauben. Das sperre ich jetzt für mich drin. Bin ich. Komm, Santrioss! Ich glaube an dich. Er darf nicht abstauben. Nein! Ich bin da! Ja, aber guck mal, mit wie viel Leben der noch ist! Sie sehen, ich habe nur einen Verbindungsvorgang. Der Bild bewegt sich mal nicht. Ich bin da richtig blütend. Oh, wow! Du Abschnauber! Der ist wütend. Ich habe die... Ich habe die Reihenfolge der Angriffen, der nicht mehr im Kopf. Äh, wenn die wütend sind, musst du ja eigentlich nur das nehmen, was die vorher genommen haben. Wissen wir es leider nicht immer. Aber cool zu sehen beim Zinoco, dass er einfach nicht alle drei Techniken durchwächst. Ja, je nach Aufladung. Hm, das hat mich erst mal verwirrt. Aber hast gut geraten. Das muss ich dir lassen. Ich habe dir nur gesagt, dass du ihn schlagen kannst. Ich habe dir nicht gesagt, wie. Ich habe einfach nur geraten, wie muss ich den jetzt bekämpfen? Komm, gib mir ein gutes Ei! Alles Müll! Weg damit! Nimm... Nimm immer alles mit. Hilfe, ich brenne! Selber schuld, wieso lässt du dich auch anzünden? So, dann als nächstes den Legianer, ne? Hm... Den sollte ich nicht solo machen. Der zerliest mich sonst. Wir sind startklar, Leute! Let's go! Jetzt geht's an den Legianer. Und ich werde ihn mit Kai fertig machen. Du hast die Folgen gesehen. Du weißt, wie man da schon aufweist. Ja. Ey, geweck, du hässlicher Hase. Warte, ich muss erst doch das... Den Nebel hier nutzen. Uh, ist eine gute Idee. Ich vergesse dich auch an Bauen. Ich habe nämlich nicht wirklich Bock, im Kampf zu frieren. Ich vergesse mal, dass diesen Nebel nur nutzen muss. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, hier ist ein Barof. Ich habe hier weggeschrien. Äh, 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 äh. Hier ist ein Kiesu, eine Kiste, Märchenleim, Ba-Behandlungen. Ich fände es schön, wenn auf diesen Quästen auch die königlichen Monster auftauchen. Würden. Würde ich sie eventuell sogar bekämpfen. Du, zwei Blitzbomben. Ich muss in die nächste Stadt. Ich brauche, äh, Schallbomben. Ich brauche jede Menge Schallbomben. Ich habe die, äh, Nebenquesten schon durchgeguckt und die für die, äh, Schallbomben direkt abgegeben. Scheiße, ich darf den Weg nochmal laufen. Ich habe vergessen. Ich habe meinen, äh, in der Stadt dem T-Krex dabei. Ich laufe gerade nur mit den anderen auf durch, damit ich nicht kämpfen muss. Und der könnte sich so lange kisten, da unten. Weil es schwer tut. Den kann ich gut gebrauchen. Ich habe den, äh, Bogen aus den Fischen gemacht. Deshalb suche ich die Schwerst und Fische so verzweifelt, dass ich den Bogen auch haben will. Sieht cool aus. Okay, ich bin mein Legianer. Soll ich lieber auf dich warten? Ja, warte mal auf mich. Ich bin ja, bin ja fast da. Äh, zuallererst brauche ich den Samtyos, weil der greift von Anfang an eine Geschwindigkeit an. So, wir sehen uns gleich, wenn er hier ist. So, Leute, er ist fast da. Ja, ich kann den Kampf ja schon mal anfangen. Los, vier, zwei, wir prügeln uns jetzt. Ich hoffe, wir kriegen Legiade-Eier. Ja, sollten wir auf jeden Fall kriegen. Elvin hatte den ja auch als Partner, ne? Hm. Schu... Schauk? Schu... Keine Ahnung, wie man das nicht ausspricht. Schauk heißt das gleich... Irgendwas in der Art. Oh, den hat auch... Oh, den hatte den als Partner. Das ist nämlich immer noch cool. Ist der wenige Monster, dass ich... Ja, ich bin auch manchmal schwer mit der deutschen Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ist der wenige Monster, das ich vorher noch nicht kannte, weil ich kein Goldspieler. Ich kannte das schon. Und das hier war ätzend zu bekämpfen. So, da kommt der Lümmel. Was für eine Rüstung trägst du da eigentlich? Äh, Deko-Rüstung ist das nur drüber. Wir haben nur Deko-Rüstung drüber gelegt. Immer wieder meine haben. Ich glaube, ich hab... Es wird sich da jetzt schlau, dass ich dich den Angriff machen lasse, ne? Weil dann kriegen wir nämlich beide die Leiste. Ich glaube, ich hab die Lagombi-Rüstung drunter. Weil Eis gegen Gamort... Eisabwehr gegen Gamort notwendig war. Ich hab gerade nicht dran gedacht. Ich hab die Samtios-Rüstung. Also, ich hätte sie zur Verfügung, aber ich hab sie nicht an. Obwohl das ein Eisgegner ist. Wie war das noch mit der Lüste? Wir schlagen, dass wir uns beide freien, ne? Ja. Ich glaub schon, ja. Halt dir jetzt den Bogen auf? Ich geh ruhig auf Bogen. Ah, dann nehm ich. Ich mein, ich hab den Bogenfisch. Ja, ich hab den Bogenfisch dabei. Zack. Den bin ich aus dem Mega-Praktisch wegen der Lehmbeschichtung. Bogenbeschichtung. Jetzt ging der, mein ich, auf die Kraftangriffe. Also, let's go, Yannick. Erstmal auf die Flügel. Ich hoffe, ich vertu mich hier nicht. Manni? Der Fischbo. Ach so, von Ice Age. Scheiße. Scheiße. Ich nicker. Ja, wenn die noch so ne, äh, Drittphase haben, dann musst du erstmal hier bedenken, wann ist was. Weißt du, der auf der Ebene wirkt dir irgendwie viel größer. Nichts gegen deinen Mammut, aber der, der, den ich bekämpft habe, der war ein bisschen größer. Wer hat aus Puzzeln und die unten gehen? Los, Kai. Ich wähle dich. Das schickst du. Ist der Anteil nach nicht auch ne Temp-Monstra? Ne, das ist ne Kraft. Ah. Jetzt go, Kai. Ich hab dich in den Kampf gerufen. Oh, Clemo funktioniert bei dem nicht. Kai und Kai greifen zusammen an. Oh, weil die Flügel kaputt. Die doppelte Kai-Action. Oh, der, der ist immer noch ein bisschen. Ich überlasse, äh, 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 die mal dem Flügel, ich mach den Kopf kaputt. Oder warte Ich lasse den Anjan auf den Kopf angreifen Ja, ich hatte was ähnliches vor Ja, dann haben wir alles abgehakt Zack, zack, zack Ach, diese Siegel Los Kai, du schaffst das Los Kai, drück frei Ich dachte halt Ich habe mit dir zusammen den Anjan auf bekommen War die erste Kurpension, dann benenne ich ihn nach dir Jetzt ist er wieder auf dem Boden der Tatsachen Jetzt muss ich wieder auf ihn hier gehen Aber erst mal Oh, kacke Ich habe vergessen Siegel Wenn die vom Wüste kennen Wieder auspacken Aber der Gamow ist auch eine starke Ergänzung für dein Team, sagst du, ne? Ja Einfach weil er ein bisschen an den Schwächen rumrendiert Ich habe eine brutale Eisschwäche in dem Team gehabt Jetzt habe ich einen Eiskonter im Team damit Der Kollege, der zerliegt aber auch, ne? Parabellschuss Einmal damit es abgehakt ist Dann kann ich nämlich die Waffe nicht wechseln Der Bogen bringt mir hier nichts Damit treffe ich nämlich ja Ohne Körperteil Aua Jetzt ist er Kraft Jetzt geht er auf den Kraft Aber zuerst macht er ja eh erstmal einen Kurze Frage Der Ein Gamow Welchen Typus hat der? Geschwindigkeit, oder? Ein reiner Kraft Der Gamow ist ein reiner Krafttypus Okay Ich werde so hart grinden müssen Um den mal nicht zu kriegen Das ist ein praktischer am Gamow Der benutzt nur Kraftangriff Oder seinen Schmied Äh Der zielt gerade auf meinen, ne? Äh Ich glaube, der zielt auf alles Zielt auf alles Oder Ne, der bufft sich zuerst Und dann geht er in der nächsten Und geht auf an Du machst Hochspannung Und ich futtere mir ein Schönes Hämmer hier Hallo Ich wollte gerade fragen Warum brauchst du es so lang? Er ist leider noch nicht Level 30 Er kriegt ja seine letzte Fähigkeit Er ist auf 30 Ich hatte auch überlegt Ihn den Multi-Donner-Angriff Vom Tobi Kodachi noch zu geben Weil das wäre für ihn Das wäre für ihn eigentlich auch nicht praktisch Oh, ich fände da kurz Guten Appetit Das habe ich aber auch noch nicht vorher gesehen, ne? Ich überspringe die Animationen Aber war das ja jetzt witzig Ich habe die Animationen von dem nicht gesehen Also ich schaue sie mir alle an Weil ich die eigentlich richtig cool finde In der Legianer-Platte Ach, wenn wir die Platten doch bei Ryze Auch nur so leicht kriegen würden, ne? Weißt du, hier Einen Versuch direkt die Platten Bei Ryze Einen tausend Versuch Oh, das war ein Legianer-Ei Nein Ich habe das Legianer-Ei nicht mehr Nein Gib mir das Legianer-Ei Nur weil ich greedy war Scheiße Gib mir Ich hätte das Erste-Ei nehmen wollen Ich hatte so die Hoffnung Dass da jetzt nur Legianer-Ei sind Und ich wollte mir deswegen ein Gutes holen Naja, wir machen hier jetzt noch Einen zweiten Koop-Part Mit den Erkundungsquests Weil ich habe das Gefühl Die wird länger dauern Deswegen Ciao für diese Folge Wir sehen uns bei der nächsten Wir nehmen sie jetzt direkt im Anschluss auf Wir sehen uns beim nächsten Mal Und ich mache sabia wie wenn wir heute Weil wir zum know Und ich liebe ihnen �